Was mich auch immer freut ist, wenn uns ausländische Kunden und Kollegen da mit Moin begrüßen. Das bedeutet, dass wir also nicht nur mobile Raumlösungen weltweit exportieren, sondern eben auch die norddeutsche Kultur. Und das ist eine riesige Freude, wenn man das hört, dass zum Beispiel aus Dubai unser Freund, wenn wir ihn anrufen, uns mit Moin begrüßen. Ich bin Günter Albers, Geschäftsführer und Gesellschafter bei der ELA-Container-Gruppe. 55 Jahre alt und meine Aufgaben hier im Unternehmen sind, sage ich mal, das strategische 5 bis 10 Jahre vorausgucken, wo soll sich das Unternehmen hin entwickeln, das Unternehmen weiter ausbauen zu einer Sales-Driven-Company. Das ist also für mich das A und O, dass wir ein vertriebsgesteuertes Unternehmen sind. Am Ende des Tages ist es halt so, also Vertriebspower im Markt rein und dann kommen auch die Aufträge. 1990 bin ich bei ELA-Container dazugestoßen, habe vorher immer mein Geld verdient in der Schifffahrt. Ich war fünf Jahre im In- und Ausland für eine Schifffahrtsräderei und bin dann 1990 dazugestoßen, weil einfach der Beirat und mein Vater mich gefragt haben, ob ich nicht ins Unternehmen kommen möchte. Und dann habe ich aber erst mal meine beiden Geschwister gefragt, ob die das auch gut finden. Und die haben das bejaht und dann habe ich natürlich, ja, ich sag mal, Gas gegeben, bin 1994 Prokurist geworden, 1996 Geschäftsführer. Als ich ins Unternehmen eingestiegen bin, da hatten wir 50 Mitarbeiter beschäftigt. Und das ist ja nun auch schon 32 Jahre her. Also das ist ja schon, ich sag mal, wenn man jetzt sieht, dass ELA heute 50-jähriges Jubiläum hat in diesem Jahr, dann bin ich ja, ja, ich sag mal, mit 32 Jahren schon eine ganz lange Zeit dabei. Ja, einen typischen Tag. Also einen typischen Tag gibt es eigentlich nicht. Außer ich bin im Besprechungszimmer von morgens bis abends, habe meine Meetings. Okay, das ist dann typischer Tag. Aber ansonsten ist es so, dass, ja, wie soll ich das sagen, dass ich im Prinzip Netzwerker bin und ich meine Aufgabe sehe, ich sag mal, zu sehen, zu hören, deutschlandweit und international. Bin ich gern mit Menschen zusammen, schaue mir gerne Dinge an, generiere daraus Ideen, die man wieder, sag mal, ins Unternehmen umsetzen kann. Also ich möchte im Prinzip mit einem Zitat anfangen. Und das Zitat kommt von Johann Wolfgang von Goethe. Und er hat gesagt, es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. Ja, wie hat sich das Unternehmen entwickelt? Da erzähle ich gerne drüber, weil tatsächlich, als wir 2005 das Unternehmen von meinem Vater zu 100% operativ übernommen haben, da hat es auch eine offizielle Ruderübergabe gegeben. Seitdem haben wir gesagt, okay, wir wollen noch ein bisschen schneller wachsen. Dann haben wir sozusagen den Expansionskurs nochmal, ja, da haben wir nochmal richtig aufs Gas getreten. Dann ist es so, dass wir das vom regionalen Anbieter, haben wir das Unternehmen entwickelt zum internationalen Player. Dadurch, dass ich eben in der Schifffahrt gelernt habe, hatte ich nie Grenzen im Kopf. Das war im Prinzip für mich eine super Lehre in der Schifffahrt, denn genau das konnte ich hier, sag ich mal, bei ELA umsetzen, nämlich das internationale Agieren unseres Unternehmens, das heißt Skalieren unseres Geschäftsmodells ins Ausland, in andere Länder. Ja, ich sag mal, wenn man ein Unternehmen entwickelt, vom regionalen Anbieter hin zum internationalen Player, dann geht das nicht, dass man das vom Schreibtisch aus macht, sondern man muss flexibel sein, man muss tatsächlich, ja, ich sag mal, reisebereit sein. Und das bin ich immer gewesen. Und insbesondere muss dann natürlich auch die Frau und die Familie dahinter stehen, hinter dem, was man macht. Und da hatte ich immer die Rückendeckung. Vom regionalen Anbieter zum internationalen Anbieter, das hört sich im Prinzip, wenn man jetzt das Unternehmen sieht, sieht alles so einfach aus. Also, ja, rechteckige Container, LKWs, aber so einfach ist das nicht. Die Produkte musst du an die Märkte anpassen, das ist erstmal das eine. Du brauchst in dem Land die richtigen Leute, die sozusagen dann da auch wiederum das Netzwerk in dem Land aufbauen. Insofern, über die Grenzen gehen, ein Unternehmen zu internationalisieren, ist eigentlich so ein bisschen die Königsaufgabe. Okay, so you will pick me up tomorrow at the airport. See you tomorrow. Bye bye. Ich sag mal, ein Unternehmen aufzubauen, was international tätig ist, dazu gehört natürlich ein starkes Team. Und das war immer, sag ich mal, für uns ganz wichtig, dass wir die richtigen Menschen finden für unser Unternehmen, die auch ins Team passen. Das hat mir auch immer große Freude gemacht, die richtigen Menschen zu finden für die richtige Aufgabe. Die Mannschaft ist einfach das A und O. Also, ich sag mal, da haben wir sehr viel Glück gehabt im In- und Ausland, dass wir da ein Top-Team aufbauen konnten. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Und ohne diesen starken Team wäre das nie möglich gewesen, das Unternehmen dahin zu entwickeln, wo es heute steht. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020